Die größte Bankenpleite seit der Finanzkrise 2008 ist jetzt offiziell, die First Republic Bank ist am Ende. Nachdem die Behörden die Bank beschlagnahmt hatten, übernimmt jetzt JP Morgan Chase. Wir werden über die aktuellen Geschehnisse sprechen. In dieser Woche stehen wichtige Ereignisse an, unter anderem die US Notenbank, die über die Zinsen entscheiden wird, die EZB, die ebenfalls über die Zinsen entscheiden wird und auch noch wichtige weitere Marktdaten, die wir bekommen werden. Wie sieht es um Bitcoin aus? Wir liegen aktuell bei 28.350 Dollar. Da werden wir natürlich einmal auf den Chart blicken. Es gibt wieder neue Liquidierungszonen, die ich euch gleich zeigen werde. Falls euch dieses Video hier gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft wirklich sehr. Abonniert den Kanal, falls ihr neu hier seid und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich weiß nicht, ob ihr es schon aus der Audiospur heraushören könnt, aber ich liege eigentlich flach, erkältet, nichts Schlimmes. Aber ich möchte euch hier den Anblick ersparen, deswegen ist die Cam nicht an, aber es passiert einiges. Und es wird auch in den nächsten Tagen einiges noch on top passieren. Deswegen möchte ich euch auf den aktuellen Stand mal abholen. Ich habe schon auf Twitter und in den Telegram-Gruppen gepostet, was steht überhaupt an in dieser Woche. Hier mal die Übersicht makroökonomisch. Heute hatten wir den ISM-Einkaufsmanager-Index. War ein bisschen besser als erwartet, hatte aber auch nicht wirklich eine große Gewichtung. Morgen seht ihr schon einige weitere Daten, die wir bekommen werden. Da im Fokus natürlich die JOLs, die Stellenangebote in den Vereinigten Staaten. Und dann am Mittwoch und Donnerstag zwei Leitzinsentscheidungen. Am Mittwoch dann die EZB mit dem FOMC-Meeting und der anschließenden Pressekonferenz. Hier sehe ich schon direkt einen kleinen Fehler. Die PK ist natürlich um 20.30 Uhr, nicht um 20 Uhr. Und wenn alles gut läuft, wenn ich bis dahin gesund werde, wird es natürlich dann auch wieder einen Livestream geben. Aber da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden, je nachdem wie es mir geht. Vorher auch noch die ADP-Beschäftigungsänderung, also Arbeitsmarktdaten. Am Freitag wieder die Non-Farm-Payrolls, also auch nochmal Arbeitsmarktdaten. Und Donnerstag auch nochmal die Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Aber ich habe es hier oben in die Highlights auch nochmal reingeschrieben, was denn da wirklich der Fokus ist. Bei den Arbeitsmarktdaten, das sind einmal die JOLs, die wir am Dienstag, also morgen um 16 Uhr bekommen. Und die Non-Farm-Payrolls um 14.30 Uhr am Freitag. Da werden die Marktteilnehmer ein besonderes Auge drauf werfen. Und dadurch könnten wir halt auch nochmal eine zusätzliche Volatilität reinbekommen in den Markt. Aber Fokus im Allgemeinen natürlich auf dem Mittwochabend FOMC-Meeting. Was macht die US-Notenbank? Da liegen die Wahrscheinlichkeiten auf der Seite der 25 Basispunkte Leitzinserjungen mit 94%. Das wird auch wahrscheinlich so kommen. Und die große Frage wird dann sein, was erzählt uns Jerome Powell? Lässt er hier schon ein bisschen erblicken, was in den nächsten Monaten passieren wird. Die Future-Märkte, die Anleihenmärkte signalisieren, dass wir danach eine Pause bekommen werden bis Ende des Jahres. Und dann die ersten Leitzinsenkungen sehen werden. Ob er dann nochmal wirklich reingrätscht und sagt, der Markt liegt da falsch, das werden wir dann halt am Mittwochabend sehen. Der Fokus, wie gesagt, dann auf die PK von Jerome Powell. Und das Bankensterben geht weiter. Wir haben heute die größte Bankenpleite seit der Finanzkrise 2008 miterleben dürfen. Zuerst kam die FDIC, hat die Bank beschlagnahmt und dann hat JP Morgan das Ganze jetzt übernommen. Wir haben über die First Republic Bank schon länger gesprochen. Hier mal als Kontext, was überhaupt passiert ist in den letzten Wochen und Monaten. In Q4 lagen die Einlagen noch bei 176 Milliarden US-Dollar. Ende März lagen diese Einlagen bei der Bank nur noch bei 104 Milliarden. Und das auch noch, nachdem Großbanken 30 Milliarden der First Republic Bank zugeschoben hatten, als Unterstützung, als Signal auch für die Öffentlichkeit, dass die Großbanken denken, dass hier nichts passieren wird. Und im Prinzip wurden dann aber in der Zwischenzeit 100 Milliarden rausgezogen. Und ohne die Infusion dieser Großbanken war der Verlust bei 58 Prozent und 25 Prozent der Belegschaft hätte entlassen werden sollen. Und die Aktie hat ja ordentlich nochmal verloren. 80, 90 Prozent, über 90 Prozent, dann über die Monate hinweg jetzt gesehen. Und an gewissen Tagen auch wirklich 30, 40 Prozent verloren. Da konnte man schon absehen, was passieren wird. Und JP Morgan hat das Ganze jetzt hier übernommen. Hier nochmal eine schöne Grafik. Washington Mutual 307 Milliarden. First Republic war noch bei 229 Milliarden. Also die größte Pleite seit 2008. Und wir haben in diesem Jahr alleine schon die Drittgrößte auch miterleben dürfen. Das war ja die Silicon Valley Bank. Und auch Signature Bank ist ja auch pleite gegangen. Also wir sehen hier die größten Bankenpleiten der Geschichte innerhalb weniger Monate. Und das hat natürlich auf der einen Seite auch einen positiven Effekt auf Bitcoin. Das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Ich hatte es auch hier in diesem alten Post geschrieben. Long Bitcoin shot the bankers. Der bekannte und alte Satz. Und dass dieses Narrativ da weiterläuft, ist natürlich in erster Linie erstmal positiv. Da sieht man nochmal, dass die Banken sterben können, auch wenn sie groß sind. Auch wenn irgendwelche Sicherungen gegeben werden. Jetzt wurde das Ganze aufgekauft von JP Morgan Chase. Wie gesagt, auch hier seht ihr nochmal eine sehr schöne Grafik, wie ich finde, wie das denn historisch war mit den Großbanken, die wir jetzt gerade haben. Sei es die Citigroup, sei es JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo. Immer wieder geht es darum, dass große Banken die kleineren übernehmen oder halt die Pleiten auffangen. Und das Ganze zentralisiert sich. Damit zentralisiert sich natürlich auch irgendwo das Risiko. Und das weiß natürlich auch der Staat und die Behörden. Und da lohnt sich mal hier ein Blick in den CNBC-Bericht, was denn überhaupt jetzt passieren wird. Denn die FDIC wird große Teile der Verluste bei den Krediten und bei den kommerziellen Krediten auffangen, nicht an JP Morgan weitergeben und zusätzlich nochmal 50 Milliarden Kredite gewähren. Also JP Morgan übernimmt das Ganze zu einem Discount und muss nicht mal die Verluste zum großen Teil auffangen und bekommt auch noch 50 Milliarden on top als Kredit. Sie bekommen unmittelbar 2,6 Milliarden in die Bücher gut geschrieben. Sie sagen aber auch, über die nächsten 18 Monate wird diese Integration 2 Milliarden kosten. Gleichzeitig bekommen sie aber natürlich auch die Einlagen der First Republic Bank inklusive der 30 Milliarden, die auch unter anderem andere Großbanken der First Republic Bank gegeben hatten, auch. Also das bekommen sie auch. Also ein guter Deal für JP Morgan. Die Aktionäre von der First Republic Bank gehen natürlich leer aus. Und am Ende des Tages, wie gesagt, nimmt auch hier der Staat die Verluste auf die eigene Kappe. Und JP Morgan ist dann sozusagen fein raus. Und wenn man sich mal anschaut, was die First Republic Bank eigentlich falsch gemacht hat, jetzt kommen natürlich die ganzen Berichte. Das Ganze wird aufgearbeitet. Sie haben vor allem vermögenden Kunden, sei es in San Francisco, sei es in Manhattan, in Südkalifornien. Das sieht man hier an den Statistiken. Es gibt hier verschiedene Grafiken, auch je nach Region. Die Kunden mit sehr viel Vermögen haben sehr gute Kredite, sehr kostengünstige Kredite bekommen. Vor allem während der Pandemie, als die Zinsen niedrig waren. Und da sind natürlich dann die Einlagen gestiegen. Und nachdem die Zinsen wieder angehoben worden sind, wurden die Einlagen rausgezogen. Und die Bank hat Probleme bekommen. Also vor allem die vermögenden Kunden haben davon profitiert. Das war die Zielgruppe der Bank. Und jetzt ist das ganze Kartenhaushalt zusammengefallen. Und JP Morgan hat hier mal sehr schön zugegriffen. Also wieder mal ein sehr schönes Beispiel. Auch ein quasi Bailout, wenn man so möchte. Weil ich glaube nicht, dass JP Morgan das Ganze übernommen hätte. Wenn die FDIC nicht gesagt hätte, ja, wir übernehmen diese ganzen Verluste auch nicht. Dann hätte sich wahrscheinlich auch JP Morgan Chase da zurückgezogen. Aber wenn der Staat herkommt und sagt, ja, ihr könnt das übernehmen. Und gleichzeitig übernehmen wir große Teile der Verluste. Dann ist es halt ein lukrativer Deal. Und dann kann das JP Morgan halt auch so übernehmen. Und sie werden noch größer, noch mehr Marktmacht, noch mehr Zentralisierung in dem Bereich. Aber gleichzeitig fällt natürlich auch dann das Vertrauen durch solche Geschichten. Und deswegen hatten wir ja auch dieses Narrativ, als der Bankensektor gekriselt hat, dass Bitcoin dann gestiegen ist. Heute muss man sagen, nicht wirklich positiv reagiert. Aber wie gesagt, das Ganze war schon abzusehen. War jetzt keine große Überraschung, dass die First Republic Bank hier pleite geht. Das war schon mehr oder weniger eingepreist. Ein weiterer Katalysator für Bitcoin könnte natürlich auch ein schwächelnder US-Dollar sein. Darüber haben wir auch schon in den vergangenen Wochen gesprochen. Einige Großpanken sogar haben das ja auch laut verkündet, dass der nächste Bärenmarkt für den US-Dollar eingebrochen ist. Und wenn man sich mal hier diese Daten mal näher anschaut, die Hedgefonds und andere große Investoren, die shorten nämlich verstärkt gegen den US-Dollar. 70.000 Kontrakte netto short. Das ist der höchste Stand seit Juni 2021. Also die Positionierung könnte natürlich auch gut gelegen kommen. Habe ich hier auch auf Twitter geschrieben. Denn wenn wir Mittwoch dann die letzte Leitzinserhöhung sehen, könnte das dann auch wirklich dann der Top gewesen sein, den wir bereits gesehen haben beim US-Dollar. Und der US-Dollar könnte weiter schwächeln. Und historisch gesehen ist ein schwächelnder Dollar gut für Bitcoin. Hier habe ich mal den Chart auch mal vorbereitet. Hier unten der Dollarindex. Der Chart geht hier bis 2016. Also seht ihr hier nochmal einen schwächelnden Dollar. Bitcoin steigt. Das war der Bull-Markt 2017. Dann konnte der US-Dollar einen kleinen Aufwärtstrend aufweisen, während der Bitcoin im Bärenmarkt war. Dann wieder hier ein Abwärtstrend, wo Bitcoin neue Hochs hingelegt hat. Und jetzt in dem aktuellen Zyklus, wo die Zinsen auch angehoben worden sind, hat der Dollar ein ordentliches Hoch erlebt, während Bitcoin abverkauft worden ist. Und jetzt seit mehreren Monaten der US-Dollar im Abwärtstrend und Bitcoin steigt wieder. Also diese inverse Korrelation, die ist ja auch ganz logisch und ist auch ganz klar zu sehen, dass die auch immer wieder da ist. Auch in den kleineren Timeframes, wenn beispielsweise das FOMC-Meeting stattfindet, schauen wir auch immer live drauf, was macht der Dollar, weil wir diese inverse Korrelation sehen. Und wenn wirklich hier der Markt richtig liegt, das ist aber die große Frage, liegt der Markt wirklich richtig oder sehen wir den Dollar wieder stärker werden, dann könnte es halt für Bitcoin positiv sein, wenn wir wirklich einen Bärenmarkt im Dollar sehen. Aber das werden wir weiter beobachten müssen. Vor allem, was die US-Notenbank machen wird, wie die Wirtschaft sich weiterentwickelt in den Staaten. Und davon wird das halt abhängig sein. Andernfalls könnte man natürlich auch einen Short-Squeeze der Hedgefonds sehen. Das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, aber dass hier ja vermehrt geschortet wird, dass ja keine bullische Perspektive oder weniger bullische Perspektiven für den US-Dollar gesehen werden, ist auf der anderen Seite halt positiv für Bitcoin. Dann gibt es auch noch diese Meldung hier, die ich wirklich sehr interessant finde, denn es ist das erste Land, was jetzt einmal selbst bestätigt, dass Bitcoin-Mining betrieben wird und dass seit mehreren Jahren, es geht um das Königreich Bhutan in Asien, natürlich jetzt nicht ein wirtschaftlich wichtiges Land, aber trotzdem ein Symbolcharakter auch irgendwo, weil ich glaube, dass in anderen Regionen der Welt genau das Gleiche stattfindet. Denn das Land hat jetzt selber bestätigt, dass über die eigene staatliche und einzige Holdinggesellschaft seit Jahren Bitcoin-Mining betrieben wird. Sie haben gesagt, ja, wir machen das eigentlich schon seitdem Bitcoin bei 5000 US-Dollar handelt und wir machen das, um hier unser Portfolio selbst zu diversifizieren. Also etwas, worüber ja schon lange spekuliert wird, dass Länder direkt oder indirekt Mining betreiben, aber das Ganze gar nicht ja öffentlich bestätigen, ist jetzt hier mal von einem kleineren Land bestätigt worden und sollte mal als Denkanreiz vielleicht dienen, was sonst noch so auf der Welt wahrscheinlich passiert, ohne dass wir es wissen. Wenn wir schon mal beim Mining sind, ist auch diese Meldung hier interessant. Ich habe noch vor ein, zwei Wochen berichtet, dass Intel ja die Produktion der Mining-Chips einstellen wird und jetzt kommt halt diese Meldung, offizieller Blogpost hier von Blog, also von Jack Dorsey, dem ehemaligen CEO von Twitter, dem Gründer von Twitter, der sich ja auch auf die Fahne geschrieben hat, Bitcoin weiterzubringen, Bitcoin-Mining weiterzubringen. Sie haben nämlich große Mengen an Bitcoin-Mining-Chips von Intel gekauft, mit der Absicht, diese Mining-Chips dann auch auf den Markt zu bringen. Sie bauen ja auch eigene Chips, aber bis diese Entwicklung bei denen selbst abgeschlossen ist, wollen sie sich halt auch hier externen Quellen widmen und haben dann halt hier bei Intel das Ganze gekauft. Also ziemlich interessant, das kommt jetzt wie gesagt nach dieser Meldung, nachdem ja Intel angekündigt hatte, da die Produktion einzustellen. Nur noch ein Jahr kann man da Chips bestellen für den Mining-Betrieb für Bitcoin und das Ganze wird danach eingestellt und Blog, das Unternehmen Blog schlägt hier nochmal ordentlich zu. Kommen wir jetzt zum Bitcoin-Preis, zum Abschluss. Wir sind wieder hier in unsere rote Box reingelaufen. Wir hatten hier einen Pump-and-Dump und wieder einen Pump in diese Zone von 30.000 US-Dollar. Hatten wir zuerst nicht als psychologisch wichtige Marke, aber jetzt aktuell sind wir mehrmals nicht über die 30.000 gekommen und sind jetzt hier wieder in unsere graue Box reingelaufen, wo 28.000 US-Dollar die Unterstützung nach unten hin ist. Und was ich ja im letzten Video schon gesagt hatte, ist dieser Bereich von 26.600 US-Dollar besonders wichtig. Wenn wir hier unter diesen Bereich kommen, haben wir wenig Unterstützung und das haben wir bis jetzt eigentlich ziemlich gut gehalten. Der Markt ist wieder sehr volatil, muss man ganz klar sagen. Merkt man natürlich jetzt auch mit den anstehenden Terminen, mit dem FOMC-Meeting etc. Es wird aber auch wieder vermehrt geschortet und da lohnt sich ein Blick hier in die Liquidierungszonen. Ich hatte euch ja die verschiedenen Zonen in der Telegram-Gruppe genau aufgezeigt gehabt. Schaut da gerne rein. Link dazu in der Videobeschreibung. Aber jetzt sind nochmal drei neue Zonen hinzugekommen. Die erste wäre hier bei 29.220 Dollar, dann bei 29.550 Dollar und danach bei 29.850 Dollar. Und wenn man sich hier mal die jüngere Vergangenheit anschaut, dann sieht man auch ganz gut, wo wir ja nach oben hin nur Liquidierung hatten, sind wir perfekt da reingelaufen in die ersten Zonen. Dann gab es hier, weil sehr viele Long-Positionen reingekommen sind, diese Long-Positionen zu liquidieren, auch die haben wir perfekt abgeholt. Ich habe euch immer wieder geupdatet mit diesen Zonen und wir haben die immer wieder perfekt gehittet. Aktuell gibt es, wie gesagt, mehr Short-Positionen zu liquidieren, aber in solchen Tagen wie jetzt aktuell ist natürlich der Fokus viel mehr auf die Makro-Ebene gerichtet. Das heißt, wenn jetzt wirklich was Wildes passiert, morgen oder am Mittwoch mit den Daten, mit den Entscheidungen, dann wird natürlich dann die Liquidierungslevel oder die Priorisierung natürlich dann wieder ein bisschen anders sein. Dann wird das Ganze wieder makrogetriebener sein. Deswegen der Fokus natürlich jetzt auf die Termine in den nächsten ein, zwei Tagen. Achtet da drauf, aber auch das hier nochmal zur Vollständigkeit, die Liquidierungszonen, die neu dazugekommen sind, damit ihr wisst, wo wir als nächstes vielleicht hinlaufen können. Ja, das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dir einen kleinen Mehrwert bieten. Falls ihr das gerne einen Daumen nach oben da abonniere, den Kanal. Schau gerne in die Videobeschreibung rein. Da findest du die Börsen, die ich nutze, egal ob für Future Trading, Hebeltrading oder auch Spotkäufe. Da bekommst du den bestmöglichen Bonus bei BingX beispielsweise 50 Dollar ohne Einzahlung, ohne KYC, damit du die Plattform einmal testen kannst. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.